Ich habe keine Ahnung, wieso ich das hier habe. Ah ja, ich... Äh, das war gerade wieder kurz mal merkwürdig. Mein Spiel ist kurz abgekratzt. Ich habe kurz mal was zu tun, weil ich wieder mal den Anseln bekanntes Problem habe. Deshalb habe ich ja nicht gespeedelt. Raubi ist da, hallihallo. Und deshalb habe ich Safcon. Apropos, wir sind, Safcon sieht man jetzt, sind wir ein bisschen schwächer als, so ist erlaubt jetzt. Apropos, geh, wow, das raubi ich mal du uns, besser mal Safcon platt. Mit, das war mein nasser Trank. Ich muss Safcon mehr trainieren. Yeah, Level 9. Ein Honeju. Ach ja, sehr für Tiefkip-Attacken. Ach ja, jetzt wird's. Ja. So, schüssi. Ich habe jetzt echt keinen Bock hier auf die ganzen Raubis. Ich will Safcon nur wiederbeleben. Apropos, hier ist es leider niedig. Also, lassen wir es noch eine Weile tot sein. Ich bitte darum, damit es schnell wiederbelebt wird. Und gefällig sich entwickelt. Das wollte ich nur sagen. Sehr nett, sehr lieb und... Pi-Pi-Pap-Po. So... Fratz... Fratz... Nerv. Jetzt kommt ein Reitern. Oh-oh. Wir werden untergehen. Das höre ich jetzt schon. Wie... Kekse hatte kein Glück. Schade. Okay, eindeutig. Dem heilen. Danke kaum. Sonst wird Keksmonsters sich wahrscheinlich aufregen. Außerdem, ich habe heute irgendwie nicht so viel Bock zu drehen. Keine Ahnung, warum... Ey. Woran es geht. Wahrscheinlich, weil ich endlich... weitermachen will mit den Editionen. Und ich zwei Rot- und Blau festhängen will. Was ich so schön tue. Und wenn ich weiter mit dem Tempo hier bin... Okay, hauptsächlich ist das Spings-Beaten. Einmal so, damit wir so schnell sind. Und... Ich werde hier nicht auf-Scream irgendwas machen. Ich will das alles... Den ganzen... Streck... Naja, ich sag lieber einen Kinn-Ausruf. Und ich habe vergessen zu Speed My Year. Holy... Shit. Ja, es wird ein neuer Spruch. Holy shit. Und erbärmlich. Ich hab's auch kommt raus. Nein, ich hab's vergessen. Ich will merken, dass jetzt wird zu spät. Aber wenigstens Käfersammler. Oh... Ach nö. Ja, ja, wir schaffen... Ho. Das kommt, wird's nicht schaffen. buglein ein kokona ach komm so ist keine eh nicht angaben jetzt wird gespeedet what the hell get down bitte ich sag 1 mach doch nie ohne speed alkohol hatte verdammt viel verteidigung und verdammt drecks verdammt drecks angewaffn und dass wir sondern bei kokon kam da würde man sich über nicht den alkohol zu haben ich bereue es immer wieder und ich kann einfach nicht daraus lernen nein nein nicht kein kokon ja was so das war so jetzt wird jetzt mal kurz trainiert ok kitty wird eh trainiert also ist es immer spaß ja so ist es viel schneller level 10 evolution gut naja keiner verliebt hey sapcon entwickelt sich zu einem ich traupe ich gott sei es mit boh und die bring den pokémon irgendwie durcheinander wahrscheinlich weil ich fast fünf generation aus dem kopf weiß weil ich sozusagen hobbylos bin hier sehen wie die werte noch nicht gerade berauschen die attacke es kann kein teckel mehr nein eine picknickerin ist da schon ich weiß es garantiert ich weiß auch nicht aber ich bin irgendwie genervt wahrscheinlich das könnte man auch sagen ja du hast ne mack ach ratfrauz du ätzende ratte ich will dich jetzt mal nicht ich bin so um es so zu nennen okay so eine nur männlich kriegt sie kriegt sie kommt doch mal an der stadt unsere freunde im bericht mit blubber so danach gehen wir ins pokémon center nicht was uns was vor uns liegt sondern an der dann noch ich will wie gerade nicht mehr aber anstatt drum zu jammern sollte ich und sollte nicht gegen diese leute krachen schütte so ich weiß auch nicht aber am anfang ist es immer super ätzend so yeah wie besser ich bin fast da ja soll ich nicht vorgelein habita klein oder habilein bäh ne will vielleicht gerade echt nicht sein apropos ich werde auch noch in den neueren games einmal zu hoch noch ein paar hacks spielen weil ja abwechslung geben anstatt normal regulären spiele zu spielen und von einem amitag schon wieder sowas von einfach so schauen zu kriegen also ich finde hack games im prinzip ziemlich interessant und vorgelein musste natürlich besser wenn wir habitat gegenüber treten dann dann mit kekse außerdem wir vorgelein schon wieder abgegrast nein ich glaube kein thema nein ich kann das ewig machen ja hilfe da 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 ich könnte noch ein bisschen ach komm die anderen sind schon so schön aufgelevelt dann hat ja schön smedpo verdient ein bisschen honnigkuchen warte ich sag lieber keinen schluss mehr aber ich hab schluss teilweise im hirn was es super schade ist irgendwie und was ich weiß auch nicht ich bin irgendwie mehr lustlos grad thema los sowieso ein robbie gegen smedpo das sieht man echt nicht oft da 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 ich spiele während hier teilweise gequittet wird ich hab so oh ein sapkorn oh nein ein sapkorn ja wegen ip nein wegen verteidigung ich will das grad hallo teckel teckel ja nein da sieht man es sieht super wild ich wahrscheinlich ein kb noch jetzt noch feuer bringt's und ich weiß wann ich Pony den zielnehmer das wird im letzten let's play sein der nächsten so mit für alle Verständnis meinen aaaah 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 okay ich helf's aaaah aaaah naaah der pummel wird uns ja erst wie geboten so so wen stoße weiir neeeeeeiiiir neeeeeeiiiir neeeeeiiiine neeeeeeeein Ja! Kurgelein hat's geschafft und auf er wieder mögt mit der Ton, aber es ist mir vollkommen egal. Ich hab wahrscheinlich nie versucht die aus dem Weg zu gehen. Und ich weiß, im Runde in der Fall hab ich gar nie die Trainer vergessen gehabt, aber ich hab sie nicht vergessen, ich hatte nur keinen Bock. Außerdem sollte ich nicht die Runde die zu zocken. Ja! Und was mach ich denn hier jetzt grad? Gehen nach Wand laufen und dann irgendwas, bäh, machen. So. Wo war dieser Typ? Oh. Ist mir doch total egal. Äh ja! Ah! Oh! Der Mann, der muss eine Persönlichkeit, deshalb heißt er nicht Mann! Nein! Okay, in diesem SPS sind alle Cover-Door. Ja, das wird ziemlich schwierig. Ich kann den Namen nicht ausschreiben, aber Mia, du weißt, wer hier gemeint ist. Die verrückte Wien! Die verrückte Wien! Kamador, raus aus dem Team! Du bist ne Schande! Du bist nur das olle Opfer! Ja! Ablegen! Wiebel! Rein mit dir! Und ich hole keine Angel! Sie sind mir zu ätzend! Besonders, was 10.000 Müllfische sind! Für mich sind das gerade als Müllfische! So, Keksi! Ich rede schon der Entwicklung! Ja, sind hier Entwicklung! Und zwar jetzt... Nein! Höhle! Ich weiß noch nicht, aber ich habe irgendwas da und gegen diese verkackten... Ich wollte das mal sagen! Diese verdurften, idiotischen, höllischen Höhlen! Ich hasse die! Ich will alle erledigen! Per Hand! Alle zerreißen! Und ich habe wieder schwimmen Gedanken! Und die sollte ich nicht raushauen! Was anderes, weil... Naja... Ich beende mal den Part hier! So frech, wie ich bin! Ich habe keinen Bock, den etwas länger zu machen! Weil ich ihnen schon länger quatsche! Na dann, bis zum nächsten Part!